Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt aller Zeiten. Sie ist aber auch Garant für Freiheit, für Wohlstand, für Sicherheit. Trotzdem gibt es natürlich auch viel zu tun, viel weiterzuentwickeln. Wir können aber auch wirklich stolz auf das bisher Erreichte sein. Lasst uns gemeinsam Europa weiterentwickeln. Alles Gute am heutigen Europatag. felles Gute am auf dem Raum. Als ich die Welt habe, dann möchte ich die letzten Enden, die Sie für das Geheile des Einschränkens und die Zwischenkens женkens. Dann können Sie alle Fernseher Neufils machen. In dieser Zeitłem in der nächsten Zeit genossen. Der Verlusten ist eine große Herausforderung. Die Enhesserschaft ist ein Ganzen,